So meine Lieben, Reihe 31, wir beginnen wieder mit zwei Luftmaschen, drehen das Ganze. In jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen, insgesamt vier Stück. Zwei. Drei. Und die vier. Jetzt kommen acht offene. Eins. Zwei. 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 Drei. Vier. Zwei. Fünf. Fünf, sechs, sieben, und die acht, eingeschlossenes, ein offenes, geschlossen, drei offen, eins, zwei, und die drei, geschlossen, offen, geschlossen, geschlossen, dreimal offen, zwei, drei, geschlossen, na, was hat sich denn hier für einen Schlaufe reingenommen, einen Moment, ein, 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 das geschlossene, das geschlossene, drei offen, ein, 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 Drei Orfen. Eins, zwei, drei, geschlossen. Und jetzt acht offen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und die acht. Und jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt vier Stück. Eins, zwei, drei und die vier. So, und damit fangen wir schon Reihe 32 an. Wir machen zwei Luftmaschen. Drehen das Ganze in jedes Stäbchen. Ein Stäbchen. Jetzt kommen sieben. Offene. Eins. Eins. Zwei. Drei. 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 Sechs, sieben. Ein geschlossenes, drei offene, eins, zwei, drei, ein geschlossenes, ein offenes, ein geschlossenes, drei offene, zwei, drei, drei, geschlossen, offen, geschlossen, drei offene, zwei, drei, geschlossen, offen, und geschlossen, drei offene, eins, zwei, drei, und einmal umhekelt, jetzt nähern wir uns auch schon wieder diesem Reihenende, so, jetzt noch sieben offene und dann haben wir die Reihe auch geschafft, eins, zwei, drei, drei, fünf, sechs, und die sieben und jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen, eins, zwei, drei, drei, und die vier, so, und damit sind wir schon in Reihe 33, zwei Luftmaschen, wir drehen, in jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen, eins, zwei, drei, vier, jetzt kommen sechs offene, eins, zwei, drei, vier, fünf, und die sechs, ein geschlossenes, fünf offene, eins, eins, zwei, drei, 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 und die sechs, vier, und die fünf, ein geschlossenes, fünf offene, eins, zwei, drei, vier, und die fünf, und die fünf, ein geschlossenes, fünf offene, eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, fünf, und die fünf, ein geschlossenes, fünf, fünf offene, vier, zwei, drei, Drei, vier, fünf, Eingeschlossenes, und sechs, das offene, eins, zwei, drei, vier, fünf, und die sechs, in jedes Stäbchen ein Stäbchen, zwei, drei, und die vier, hier und damit haben wir die Reihe auch schon wieder fertig. So meine Lieben, Reihe 34 beginnen wir mit zwei Luftmaschen, wir wenden das Ganze, in jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen, also insgesamt vier Stück, zwei, drei, vier, vier, jetzt kommen sechs offene Gitter, vier, fünf, fünf, und die sechs. auf jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen, eins, eins, zwei, drei, vier, fünf offene, und vier, fünf, vier, vier, und vier, Und die 5. Auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. 5 offene. Also, 1, 2, 3, 4, und die 5 auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. 5 offene. 1, 2, 3, 4, 5 auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. 5 offene. 1, 2, 3, 4, vier, fünf, auf jedes Stäbchen, ein Stäbchen, und jetzt kommen noch sechs offener. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, und die sechs, und jetzt noch mal vier Stäbchen. Eins, zwei, drei, und die vier. So, damit sind wir in Reihe 35. Wir machen zwei Luftmaschen und Wänden. In jedes Stäbchen ein Stäbchen. Jetzt kommen sieben offene. Eins, Zwei, 3 4 5 6 und die 7 die wird umhäkelt jetzt kommen 3 offen 1 2 3 geschlossen offen geschlossen und 3 offene 1 2 2 3 geschlossen offen geschlossen 3 offen 3 offen 3 3 4 5 5 6 7 8 9 10 9 10 10 10 10 11 11 12 11 11 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 18 18 18 18 19 20 20 21 21 22 23 27 24 24 25 25 26 25 So, weiter geht's in Reihe 36. Wir beginnen mit zwei Luftmaschen, wenden, in jedes Stäbchen ein Stäbchen, jetzt kommen acht Offen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und die acht. Geschlossen. Offen. Geschlossen. Dreimal offen. Eins. Zwei. Drei. 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 3 mal offen, 1, 2, und die 3. Geschlossen, offen, geschlossen. 3 mal offen, 1, 2. Und die 3, geschlossen. Geschlossen. Einmal offen. Einmal geschlossen. Und jetzt 8 mal offen. 1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 7. Und die 8. Und jetzt in jedes Stäbchen 1 Stäbchen insgesamt 4 Stück. 1. 2. 3. Und die 4. Und das war es jetzt wieder mit diesem Teil. Wir schauen uns das Muster nochmal an. Und sehen wie es sich hier immer weiter entwickelt. So meine Lieben. Im nächsten Teil beginnen wir mit Reihe 37. Ich hoffe ihr hattet Spaß bis jetzt und euer Tischläufer wächst genauso gut. So ich sage besten Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und wir sehen uns im nächsten Teil. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.